Es waren einmal Yoda, Anakin und Obi-Wan. Sie wollten sich einen schönen Tag machen und gehen mit dem Walpick winken. Gerade als sie die Brücke überqueren waren, kamen sie der Tod. Ich bin der Tod, wieso seid ihr hier rübergekommen? Walbaum? Was wollt ihr? Mächtiges an Lichtschwert. Was spielst du vom Schraub? Eine Kette zum Teleportieren. Und du? Das da? Mein Mantel, okay. Ach, das macht ja unsichtbar. Geil. In der nächsten Nacht kam der Tod zu Yoda und zerquetschte ihn mit einer zugefallenen Falltür. Mit grässlichen Lachen nahm er das Lichtschwert mit und verschwammt. Ha 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 ha. Anakin drehte einmal mit der Kette und beim ersten Mal schlug er sich außer sich in den Kopf mit der Kette ab. Da kam der Tod. Brr. Ha 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 ha. Obi-Wan suchte er jahrelang, aber er fand ihn nicht. Er suchte links, rechts, oben und unten. It's a prank. Mach das nicht noch mal. Nein, 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 nein. Als Obi-Wan merkte, dass seine Zeit gekommen war, gab er den Mantel Obi Junior, seinen Sohn, und er bekam dafür einen Helm von ihm. Da kam der Tod und sie gingen als Freunde zusammen zum Tod nach Hause. Sie fielen beide in den Abgrund und starben. Ende.